Nö, die steht nicht sicher. Wenn sie vom Platz gesagt hat, dann bin ich zuhöhe. Da wisst man wenigstens wiesel. Ich hab mal die Tür zum Zimmer mal zu bauen. Da wischt man jetzt. Hm, da sind die Tür zum Zimmer mal zu bauen. Da sind die Tür zum Zimmer mal zu bauen. ich kippe zum mal was achten Ich wollte mir das erste mal zuhause markieren auf dem Ding, ne? Ach so. Zuhause. Ja, home quasi. Damit du weißt, wo du zuhause ist. Damit du weißt, wo du wieder hin musst. Wenn irgendwas ist. Es ist weg. Hä? Es ist weg. Ja, zum Beispiel. Das ist in dem Sinne Wurst. Du musst es ja mit deinem Atlas laufen. Manche machen da oben Kreuz hin. Manche? Ja, weil sie nicht dahin wollen. Da war doch fein. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Ja. Ich werde nicht loslegen. Die sind wohl nicht mehr hier, oder was? Oder haben wir doch mal in den Augen genommen? Wie kann man so strecken? Hä? Wie kann man so strecken? Ja, in dem untersuchen bleibt. Ja, wo hat das quasi die Markierung drin? Da wo, da, 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 da muss da hingehen so ungefähr, und da wo dann da Pfeil ist in dem Sinn, das bist ja du. Ja. Da, da musst du quasi immer dann dort und dann markieren. Hä? Ach so. Äh, ne, 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 ne. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich sitze aus, Kinder? Nein, natürlich nicht. Ich darf schon noch trahieren, aber ich habe einen Fudden. Eimo Al-Gipcho-Futter Okay. ... Achso, hier kannst du noch eine gewisse Menge stecken von den Dinger. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, schleich der auch schon immer rum. Ich habe das ganz genau! ... ... ... ... ... ... ... um mannig alles genug nur wenig aus den Schuss mal der Mäßes Kumpel und Gelände die ich nicht nur so konntet ja nicht in den Bergboschule muss halt man mit einem Garten Kompass da oder Adler ist halt mal herzlos laufen Das ist ja logisch mal los. Nee, einfach gehe ich meine Sachen mal machen. Du musst so gucken gehen. Ich muss meine Sachen entlernen. Meine Sachen entlernen. Ja, tut Sachen entlernen. Ich lasse mal noch die Farbe hier raus. Mal schon kurz mal hier sind. Das ist doch falsch, der Rucksack. Nehmen wir also den. 16 mal Mais. So ein Scheiß. 16 mal Mais. Irgendwo hab ich. Irgendwo. Könnte glauben. Irgendwo. Gänse Sack voll. Irgendwo. Was brauchst du denn denn hier? Brauchen du es denn eigentlich überhaupt nicht? Aber. Wir haben es halt. Äh. Ja. möjnte aus. Mh... Krrrr... Du musst nicht den Atlas da anhalten? Ne, du kannst ihn nicht mehr weglegen. Du musst halt in dem Sinne, Du deinen Atlas da annehmen, wenn du immer nach Hause finden willst. Du musst irgendwo gucken, was du in welche Richtung du verfasst hast. Das ist die leichte Vorartung quasi. Ich geh mal zwei Tage. Zwei Tage? Ja. Doch so viel. Wo ist denn die Sandrine hin? Ich stell den Trapp runter, gehst du in den rechten Busch. Einen rauchten sie ab! Macht die da. Ich hab sie reingeschoben. Martelle! Ich mach mich einfach. Ich die Мähle. Ich war da oben, hab ich reingeschoben. Ich war kurze falar isn't das Studium gewesen. Das war eine Schm Bat. gleich Kass! Was ist das? ... ... ... ... noch mal irgendwo hin doch da hinten Schrocken Senf Erbsen Senf Schrocken 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 Erbsen Chilli Pfeff und Suya-Bone Kaffee-Bone Ne, halt Da ist es nicht ganz schön, gut, dass es aussieht Pfeff und Pfeff und Pfeff und Pfeff Pfeff und Pfeff und Pfeff Pfeff und Pfeff Pfeff Da, mal du holen Ob du blau habe ich überhaupt nicht Oder? Ne Ich bin sogar gerade nicht Wie Süßgottoffeln, oder? Ich bin nicht Süßgottoffeln habe ich auch nicht Aber Senf Senfammer Senfammer Senf mit M und F Toll ich hab noch ein großes Hühnchen Hühnchen Wunschteckte in den Wurm 2 1 2 2 Rauben Kerze los 3 Brombeer und Aubergine Na gut, Aubergine sind es aber keine Früchte, aber egal ich habe Gold Ei Was hast du? Herzhaftes Hebschen, Gold Ei Gold Ei Irgend so ein bisschen Ding, so eine Kugel oder so kann sein Auge Auge Komatit 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 Nein Es gibt Kiwi Es gibt Kiwi und Ananas Es gibt Kiwi 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 Es ist der Bein vorbeigelaufen So, wo haben wir uns Kiwi Kiwi nicht wir sind die anderen die um schwarze Zeug das war Öl und da sollte man nicht reingehen das könnte böse Enten stecksteine 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 wer ist abgegangen stecksteine 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 sie stecksteine die Hände des welche andere Farbe? Das Problem ist ja, dass du generell Steine brauchst. Ich habe bei der Pläne hinten das Haus, hat ja schon solche Steine drinnen. Das komplette Haus hat solche Steine drinnen. Ich wüsste mal nicht ohne, wo später das angeholt, ob das Zeug. Oh je, sie hat zwei Öfen drin und nichts drin im Zeug. Das fetzt natürlich. Aber Cola haben sie. Hm. Ach, ein Dreierbett hat sie hier. Und hat hier oben keine Fenster drin. Warum hat die keine Fenster drin? Was ist denn das? Ja, bei der Truller sind oben keine Fenster drin. Hütten sind Scheiben drinnen, aber oben nicht. Hütten viel drinnen. Hütten viel drinnen. Hütten viel drinnen. Hütten. 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 Hütten... Hütten... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hier sollte wahrscheinlich mal der Stell werden. Hä? Hä? Hohenstein! 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 Röhnen! Willst duIFisen! Hohenstein! Willst du es einfach rauslassen? Hohenstein? Hohenstein! Hohenstein! die auch abgebaut ist und schirmativen die schwecken können aber wohl noch einen Bärenpush wo was gefunden blaue Hortensien die hatten ein Dreimannbett wozu braucht die ein Dreimannbett aber hier unten alles leer und zwei Workbench übereinander klar ist die ohne Kammer zu sparen ich würde sagen die hat die zwei Dinge hier raus gehölt nein wir brauchen rosen Granit was das Pony schnauzt mich an das spinnt wohl das Video damit noch Prozent ich bin zu sein warum habe ich keine Scheife einstecken ich habe es gefunden ich habe es gefunden ich habe es gefunden ich habe es gefunden soll ich? ja, mach mal Nope ich habe es gefunden Ich habe den Blitz doch noch von mir Mäh Oh, das macht ja doch riesig, ja, mit mir. Ja, mit mir. Schluff gibt's hier. Hier gibt's Schluff und Speckstein. Hier gibt's ja Urlaub, aber ich schluck's, ne, ich schluck's, ne, ich schluck's, ne, ich schluck's. Hm. Schablabar gefunden. Ist das nicht toll? Müssen wir jetzt so rummachen? Hm. Ich hab da ne Fackel hier auch. Ja. Handtaband gemacht. Ja. Aus-Sch-A-Ascherhaufen Wegwer... Wegwer... ...Safarin ist er oder? Nicht unbedingt. Aber es gibt Leute die Sachen lieber haben und die brauchen das auch immer nicht haben. Was ist denn das? Ich habe ein Loch umgefunden. Mit Xylid. Wenn es eh klar geht. Oh Mann. Ich dachte... Kannst du es mitnehmen? Doch. Hier ist irgendwo Wasser. Ich weiß keine Helle. Das ist eh glücklich hier unten. Schluff. 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 Ich brauche keine Hose gerade. Blub, blub, blub. Ich bin doch schön. Ja, guck mal da. Klick hast du die Wurfen da gerade. Ich bin in dem Spalt drin. Ich bin in dem Spalt drin. Ich bin in dem Spalt drin. Schuh. Okay, das ist schon so süß. Ja, etwas weg! Ich bin noch experts. Ich bin noch immer so süß. Schau spürst du ihn... Ja. Ich bin noch ein bisschen mehruer. Ich bin noch mal ein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist so gut. Wann musst du heben? Wann musst du zu Hause sein? Wiss ich nicht, warum misst du denn so weiter nicht? Wann musst du heben? 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 Ich bewege. Wann musst du heben? ich kann sehen dass das irgendein so Ding ist, was von irgendwelchen Leuten da mit dabei tut oder mir du hast ja auch von den von den vorhergehenden vorhergehenden Bewohnern sag ich mal von der Welt in dem sind ja die Dinger noch ja und dem auch mit der Dachdeckung könnte man mit der Dachdeckung hast du drauf gefolgt, den findest du gut das muss schon eine ganze Zeit werden noch noch einen Dorf Kvantit, kvantit.